Ja, das ist verrückt, das habe ich mir natürlich auch schon überlegt. Aber eben, Fussball geht schnell und ich weiss jetzt nicht, was noch kommt, aber ja, es geht schnell und es ist verrückt. Kann man sagen, dass es ein bisschen ein Buben-Traum ist, der für dich erfüllt geht? Ja, sicher. Vor allem, wenn es jetzt noch speziell ist mit dem FCB. Ich komme ja von hier und ich habe immer hier gelebt und dann ist es natürlich noch spezieller, dass ich das beim FCB erleben kann. Mit was für Erwartungen gehst du jetzt selber in diese Rückrunde hinein? Ja, hoche Erwartungen. Ich meine, wir haben ein grosses Ziel für uns. Als Mannschaft und auch individuell hat jeder seine eigene Ziele. Ich denke, wir machen jetzt eine gute Vorbereitung, wenn wir einfach machen. Und dann muss es jedem 100% geben. Und ich denke, mit der Qualität, die wir mit ihm haben, kommt viel dabei. Es ist auch mein Ziel, Stamm spielen zu werden. Aber jetzt sind wir noch in der Vorbereitung und ich denke, jeder Spieler gibt einfach 100%, dass er Stamm spielen wird. Und ich denke, wir haben dann den Amschluss geteilt. Aber es ist ja nicht. Untertitelung des ZDF, 2020